Willkommen bei Pushback, ich bin Aaron Maté. Ein ehemaliger Top-US-Beamter hat gerade bestätigt, was schon lange offensichtlich war. Die USA sind auf der gleichen Seite wie Al-Qaida in Syrien und betrachten sie sogar als ACID. Der Beamte James Jeffrey diente zuletzt in der Trump-Administration als Sondergesandter für Syrien und die Anti-ISIS-Koalition und sprach mit BPS über Hayat Tahir Asham oder HTS, die jetzt die Provinz von Idlib kontrolliert. Die HTS entstand aus Jabhat al-Nusra, die der offizielle syrische Zweig von Al-Qaida war. Laut BPS nannte Jeffrey HTS einen Gewinn für Amerikas Strategie in Idlib. Jeffrey fügte hinzu, Sie sind die am wenigsten schlechte Option der verschiedenen Optionen in Idlib. Und Idlib ist einer der wichtigsten Orte in Syrien, einer der momentan wichtigsten Orte im Nahen Osten. Jetzt erklärt die HTS unter seinem Anführer Mohammad al-Julani, dass es keine Verbindungen mehr zu Al-Qaida hat, doch US-Beamte haben dem nicht zugestimmt, während James Jeffrey es jetzt sogar ein Asset nennt. Und sein Vorgänger, Brad McGurk, 2017 erklärte, dass Idlib tatsächlich der größte sichere Zufluchtsort von Al-Qaida seit 9-11 ist. Schauen Sie, die Provinz Idlib ist der größte Al-Qaida Zufluchtsort seit 9-11, direkt verbunden mit Ayman al-Zawahiri. Das ist ein riesiges Problem. Es ist schon seit einiger Zeit ein Problem. Der Ansatz, einige unserer Partner, zehntausende von Tonnen an Waffen zu schicken und wegzuschauen, während diese ausländischen Kämpfer nach Syrien kommen, war vielleicht nicht der beste Ansatz und Al-Qaida hat das voll ausgenutzt. Und Idlib ist jetzt ein großes Problem. Es ist ein sicherer Hafen für Al-Qaida, direkt an der Grenze zur Türkei. Brad McGurk ist jetzt wieder im Weißen Haus und arbeitet unter Präsident Joe Biden. Und Biden selbst hat ein ähnliches Eingeständnis gemacht. In einer Rede im Jahr 2014 sagte Biden, dass US-Verbündete in Syrien wie die Türkei, Katar und Saudi-Arabien Al-Qaida direkt beliefert hätten. Unser größtes Problem sind unsere Verbündeten. Unsere Verbündeten in der Region waren unser größtes Problem in Syrien. Die Türken waren großartige Freunde und ich habe eine hervorragende Beziehung zu Erdogan, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, die Saudis, die Emirate und so weiter. Was haben sie gemacht? Sie waren so entschlossen, Assad zu stürzen und im Wesentlichen einen Stellvertreterkrieg zwischen Sunniten und Schiiten zu entfesseln. Und was haben sie getan? Sie haben Hunderte von Millionen Dollar und Tausende von Tonnen an Waffen an jeden geliefert, der gegen Assad kämpfen wollte. Nur, dass die Leute, die beliefert wurden, Al-Nusra und Al-Qaida und die extremistischen Fragmente der Dschihadisten waren, die aus anderen Teilen der Welt kamen. Was diese US-Beamten in der Öffentlichkeit gesagt haben, war sogar noch expliziter im Privaten. Bereits 2012 schrieb Jake Sullivan, der jetzt Bidens nationale Sicherheitsberater ist, eine E-Mail an Hillary Clinton mit einer sehr einfachen Nachricht am Anfang. Es hieß, siehe letzten Punkt, Al-Qaida ist auf unserer Seite in Syrien. Im selben Jahr warnte ein Geheimdienstbericht des Pentagon, die Salafisten, die Muslimbruderschaft und Al-Qaida im Irak sind die wichtigsten Kräfte, die den Aufstand in Syrien vorantreiben. Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei unterstützen die Opposition, während Russland, China und der Iran das syrische Regime unterstützten. Also ist James Jeffreys Aufruf, Al-Qaida als ein US-Asset in Syrien zu bezeichnen, nichts Neues. Es ist nur das deutlichste öffentliche Eingeständnis eines sehr offenen Geheimnisses. Um Jeffreys Kommentar und den Zustand von Al-Qaida in Syrien heute zu diskutieren, ist mein Gast jemand mit Erfahrung aus erster Hand. Lindsay Snell ist Journalistin und berichtet über den Nahen Osten und Nordafrika. Im Jahr 2016 wurde sie von der damals noch Al-Nusra genannten Al-Qaida-Gruppe in Syrien entführt. Lindsay Snell entkam nach zehn Tagen. Lindsay Snell, willkommen bei Pushback. Nachdem Sie aus Syrien berichtet haben und von der dortigen Al-Qaida-Franchise entführt wurden, wollte ich Ihre Stellungnahme zu James Jeffreys, dem ehemaligen US-Botschafter, erhalten, der PBS sagte, dass Hayat al-Sham HDS die unbenannte Al-Qaida in Syrien ein US-Asset ist. Es war schockierend, aber nicht völlig schockierend, weil er vor einem Jahr ähnliche Kommentare machte. Etwas in der Art wie, sie sind nicht wie ISIS, die internationale Angriffe planen. Sie sind nur in Syrien, was das Image der HDS bereits etwas abschwächt. Es gab also eine Art Vorlauf bis jetzt, wo er jetzt tatsächlich explizit sagte, dass sie ein US-Asset sind. Und jetzt sehen wir, wie sie eine Art Image-Kampagne betreiben. Westliche Journalisten reisen in das Gebiet und schreiben über die HDS, wie sie Idlib beherrschen. Nachdem sie von dem HDS-Vorgänger innerhalb Syriens gefangen genommen wurden, was können Sie uns über sie erzählen? Es ist schon komisch, denn eigentlich begann ihre Kampagne zur Neugestaltung, als ich in ihrer Gefangenschaft war. Sie änderten zum ersten Mal ihren Namen und gaben ihre Abspaltung von Al-Qaida bekannt. Das hat natürlich nicht wirklich etwas geändert. Und bis zum heutigen Tag nennen sich die meisten von ihnen immer noch Nusra. Die Menschen in Syrien, die sich auf sie beziehen, nennen sie Nusra. Ihre Abspaltung von Al-Qaida war wirklich nur eine ästhetische Sache. Es war oberflächlich. Es war nicht real. Sie sind immer noch die gleiche Gruppe. Sie sind immer noch die gleichen Terroristen. Sie zwingen jedem in ihrem Gebiet die Scharia auf. Während der Journalist, der The New York Times vor ein paar Wochen dort war, haben sie drei Menschen wegen Ehebruchs hingerichtet, zu Tode, gesteinigt. Sie sind die gleiche Gruppierung. All diese Dinge, die sie tun, sind also nur kosmetischer Natur. Ich glaube, die einzige substanzielle Veränderung, die sie gemacht haben, ist, dass sie keine Ausländer mehr gefangen nehmen. Das heißt, sie versuchen nicht mehr, ausländische Journalisten zu entführen und Lösegeld für sie zu verlangen. Sie arbeiten mit der Türkei zusammen, um ausländischen Journalisten zu ermöglichen, einzureisen und im Grunde Propaganda für sie zu machen. Ich möchte Sie nach dem Artikel in der The New York Times fragen. Er wurde von Ben Hubbard geschrieben, Korrespondent in Beirut. Er reiste nach Idlib und schrieb einen Artikel darüber, wie HTS Idlib regiert, und das ist so ziemlich alles, was er über ihre Durchsetzung der Scharia und ihre Herrschaft über die lokale Bevölkerung auf diese Weise erzählte. Er sagte, anders als der islamische Staat, die Terrorgruppe, die sowohl Rebellen als auch die Regierung bekämpft, um ein ausgedehntes Gebiet an der syrisch-irakischen Grenze zu kontrollieren, drängt die HTS nicht auf die sofortige Schaffung eines islamischen Staates und setzt keine Moralpolizisten ein, um strenge soziale Regeln durchzusetzen. Völlig falsch, und tatsächlich haben einige meiner Kontakte der syrischen Nationalarmee daran großen Anstoß genommen, denn alles, was sie tun, ist dasselbe, was ich getan habe. Rauchen ist illegal. Sie zwingen den Frauen den Niqab auf. Musik, säkuläre Musik, ist geächtet. Wie ich schon sagte, sie haben Leute wegen Blasphemie, wegen Ehebruch und wegen Blasphemie gegen die HTS hingerichtet. Wenn man kritisch gegenüber der HTS ist, kann das ein Todesurteil bedeuten. Ich meine, die Gefängnisse sind voll von lokalen Journalisten und Aktivisten, die sich ihnen entgegenstellen. Sie sind genauso schlimm wie ISIS, sie sind nur weniger lautstark darüber, denke ich. Und als Sie von der syrischen Nationalen Armee sprachen, um das zu verdeutlichen, ist damit nicht die eigentliche syrische Regierungsarmee gemeint, sondern die syrisch-arabische Armee. Wenn Sie über die syrische Nationale Armee sprechen, ist das eine Koalition von Oppositionsgruppen, die nicht offiziell mit der HTS verbunden sind, richtig? Ja, das ist die sogenannte syrische Nationale Armee, und das sind alles rein türkisch unterstützte, türkisch überwachte Oppositionsfraktionen. Als Sie sahen, wie Joulani von PBS interviewt wurde, Abu Muhammad al-Joulani, der Führer der HTS, er sagte PBS, dass seine Gruppe nicht den Dschihad im Ausland anstrebe, nicht versuche, westliche Menschen im Ausland aufzugreifen und Syrien nicht als Basis dafür benutzt werde. Glauben Sie, dass das wahr ist? Nein, ich bin der Meinung, dass das nicht wahr ist. Und ich habe zuvor Nusra-Kämpfer in der Türkei und in Syrien interviewt, die erklärten, dass das ultimative Ziel die Niederlage des Westens sei. Es ist das ultimative Ziel von Al-Qaida. Joulani äußerte zuvor Dinge zur Unterstützung von al-Baghdadis Operationen im Irak. Im Moment ist es für sie vorteilhaft, als dem Westen zugeneigt zu erscheinen. Er hat seinen Bart getrimmt und einen Anzug angezogen, aber letztlich sind die Ziele die gleichen. Es ist nur so, dass es im Moment für sie vorteilhafter ist, so zu tun, als wären sie dem Westen wohlgesonnen. Und in Bezug auf die Art und Weise, wie die HTS in Idlib herrscht, möchte ich Ihnen einen Bericht des UN-Sicherheitsrates von Anfang des Jahres zitieren. Darin steht Folgendes. Zusätzlich zur Besteuerung lokaler Unternehmen hält die HTS ein Monopol über den Import und Vertrieb von Benzin- und Dieselkraftstoff. Die Einnahmen der Gruppe aus dem Handel mit Kraftstoff und Energie werden auf etwa eine Million Dollar monatlich geschätzt. Berichten zufolge kontrolliert die HTS auch die Verteilung von humanitärer Hilfe, wodurch die direkte Verteilung von Waren an die lokale Bevölkerung durch humanitäre Organisationen eingeschränkt wird. Außerdem beschlagnahmt sie Teile dieser Güter, um die Klientennetzwerke der HTS zu stärken. Basierend auf Ihrer Berichterstattung, was können Sie uns darüber sagen? Wie kontrolliert und begrenzt die HTS die Hilfe für ihr eigenes Gebiet? Die HTS hat ihre eigene Ölgesellschaft und ihre eigene Raffinerie. Und in der Vergangenheit, als die Preise sehr hoch lagen, haben sie tatsächlich Zivilisten und Lkw-Fahrer daran gehindert, außerhalb ihres Territoriums günstigeres, bezahlbares Benzin zu bekommen. Das ist absolut wahr. Was die Hilfe angeht, so geht jedes bisschen Hilfe, das in die HTS-Gebiete kommt, zuerst durch die HTS und sie behalten einen Teil davon. Immer. Entweder nehmen sie Geld für die Verteilung der Hilfe oder sie nehmen einen Teil der Hilfe. Was die Nahrungsmittelhilfe angeht, haben sie diese genommen und mit HTS-Etiketten versehen, um sie dann an ihre Kämpfer und die Familien der Kämpfer, die gestorben sind, zu verteilen. Ebenfalls auch an die Familien der ISIS-Kämpfer, die gestorben sind. Es ist also ein totales Monopol auf alle Güter. Und welche ausländischen Länder können wir als mitschuldig betrachten, die wissentlich zulassen, dass die HTS all dies steuert und von ihrer Kontrolle über Idlib profitiert? An erster Stelle steht wahrscheinlich die Türkei, wobei die Türkei sie als terroristische Organisation listet. Aber die Türkei ist stark auf sie angewiesen und unterstützt sie. Sie halten gemeinsam mit der Türkei Teile von Idlib besetzt. Die Türkei benutzt sie als Eskorte, wenn sie in Syrien reisen. Das ist also Punkt 1. Es ist lächerlich, dass die Türkei sie als terroristische Organisation listet. Offensichtlich sind die USA, Großbritannien, die EU, ich meine jedes Land, das in Syrien präsent ist, abgesehen von denen, die auf der Seite der Regierung stehen, vollständig mitschuldig. Es ist doch allgemein bekannt, was die HTS macht. Und wenn Amerika zum Beispiel sie wirklich bekämpfen wollen würde, wäre Julani tot, wie al-Baghdadi es ist. Als ich kürzlich Robert Ford, den ehemaligen US-Botschafter in Syrien, interviewte, diskutierten wir über die Rolle der USA hinsichtlich der Umstände, die dazu führten, dass Al-Qaida die Kontrolle über Idlib übernahm. Und ich wies darauf hin, dass, ob absichtlich oder nicht, US-Panzerabwehrwaffen in den Händen von Al-Qaida landeten, und das war maßgeblich für ihren Kampf zur Eroberung Idlibs. Sie sagen, Aaron Marty, in dieser Sache sind sie selektiv und in einigen Fällen im Irrtum. Die Vereinigten Staaten gaben nie Panzerabwehrwaffen an Al-Qaida. Nicht direkt, aber sie gaben es an ihre Verbündeten, die es dann an Al-Qaida weitergaben. Aaron Marty, es könnte sich um ein halbes Dutzend handeln. Die Menge an Material, die Nusra von den Vereinigten Staaten bekommen hat, hätte nicht für einen Kampftag gereicht. Es ist einfach völlig unzutreffend zu sagen, dass die Vereinigten Staaten Waffen an Dschihadisten geliefert haben. Ich höre diese Behauptung immer wieder und sie ist einfach nicht wahr. Können Sie uns etwas über den Hintergrund erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Idlib jetzt von Al-Qaida kontrolliert wird und warum Brad McGurk, ein US-Beamter, Idlib als den größten sicheren Zufluchtsort von Al-Qaida seit 9-11 bezeichnet? Das Train-and-Equip-Programm der USA, ein gemeinsames Programm der USA, Saudi-Arabiens und der Türkei zur Ausbildung und Bewaffnung sogenannter Moderater-Rebellen, die von der CIA überprüft wurden, ist die eigentliche Ursache für all das. Und die Rebellengruppen, die sie selbst für moderat hielten, sagten, wir sind nicht moderat. So etwas wie einen moderaten Islam gibt es nicht. Wir sind nur Muslime. Es war einfach eine totale Fiktion und totale Fantasie. Und so wurden die Fraktionen, die die USA stark bewaffnet hatten, sofort von Nusra ins Visier genommen und im Grunde genommen von Nusra aufgelöst. Nusra plünderte ihre Waffenlager, ihre Lagerhäuser und sie bekamen Tau-Raketen sowie Lastwagen und alles andere, was die USA diesen sogenannten moderaten Gruppierungen gegeben hatten. Und die Kämpfer, die in diesen moderaten Gruppierungen verblieben waren, schlossen sich im Grunde genommen alle Nusra an und traten selbst Nusra bei. Ich meine, es war eine totale Fiktion, ein totales Desaster eines Programms. Und das hat definitiv dazu geführt, dass die Nusra so dominant ist, wie sie es jetzt ist, oder eher die HTS. Im Interview mit Botschafter Ford versuchte er, einen Unterschied zwischen der freien syrischen Armee, den von den USA unterstützten Oppositionskämpfern, und Nusra zu machen. Denken Sie, dass das eine faire Unterscheidung ist? Auf keinen Fall. Es geht nicht nur darum, dass sie Verbündete waren oder Verbündete sind. Es gibt Gebiete, die von der jetzt sogenannten syrischen nationalen Armee kontrolliert werden, wie die freie syrische Armee. Gebiete, die sie kontrollieren, über die Nusra immer noch das Sagen hat, auch wenn sie technisch nicht dort vertreten sind. Im Grunde genommen war die freie syrische Armee, also Nusra, untergeordnet, vor allem in bestimmten Gebieten. Und da gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Es ist eher so, dass Nusra diese kontrollierte, vor allem 2015, 2016. Als Nusra mehr und mehr Territorium eroberte und wirklich die Kontrolle über Idlib übernahm und immer mächtiger wurde, übernahm sie die Kontrolle über die freie syrische Armee, die von den USA unterstützte freie syrische Armee. Wenn Sie uns also Ihre Geschichte für diejenigen erzählen könnten, die damit nicht vertraut sind, wann wurden sie von Al-Qaida in Syrien gefangen genommen und was ist passiert? Ich wurde im Juli 2016 gefangen genommen. Sie kamen und holten mich aus dem Haus, in dem ich mich aufhielt, was eines der Beispiele für die Unterwerfung der freien syrischen Armee FSA durch sie ist. Ich befand mich in einem Gebiet, das von einer Fraktion der freien syrischen Armee kontrolliert wird, und sie gelangten in das Haus. Es war das Haus eines Militanten und sie konnten mich ohne Probleme mitnehmen. Mehrere bewaffnete Männer brachten mich in eine Art Unterschlupf mit einer Art Gefängniskeller. Dort verbrachte ich etwa eine Woche und man sagte mir, was man jedem ausländischen Journalisten sagt, den man gefangen nimmt. Wir glauben, dass sie eine Spionin sind. Wir müssen eine Überprüfung durchführen und so weiter und so fort. Am Ende brachten sie mich in ein tatsächliches Gefängnis, in dem viele syrische Soldaten der eigentlichen syrischen Armee und kurdischen Kämpfer waren. Und danach brachten sie mich in ein Haus mit Frauen und Kindern. Schließlich gelang es mir, jemanden in der Türkei zu kontaktieren und eine Flucht zu koordinieren. Eine Flucht? Sie sind tatsächlich geflüchtet, also von dort geflohen, wo sie festgehalten wurden? Das tat ich, ja, mit Hilfe eines Arar al-Sham-Militanten. Arar al-Sham ist eine Fraktion der Freien Syrischen Armee, die jetzt tatsächlich mit der HTS verbündet ist, ehemals Jabhat al-Nusra. Aber der größte Teil der syrischen Opposition hasst Nusra und jetzt die HTS zutiefst. Aber sie sind eben dominant. Aus diesem Grund, als ich diesen Arar al-Sham-Mann fragte, warum er bereit war, mich zu retten, schrieb er einfach in Google Translate, dass er Nusra hasste. Die Tatsache, dass Sie während Ihrer Gefangennahme in einem Haus der Freien Syrischen Armee untergebracht waren, meinen Sie, dass man Nusra von Ihnen erzählt und Ihren Aufenthaltsort genannt hat? Glauben Sie, dass Sie verraten wurden? Und übrigens, dies ist eine von den USA unterstützte militante Gruppe, die Freie Syrische Armee. Ja, ich weiß. Und das war eine Fraktion, die tatsächlich US-Waffen erhalten hatte. Aber ich glaube nicht, dass die Leute in dem Haus, wo ich wohnte, mich verraten haben. Aber man hat mir seitdem gesagt, dass im Grunde jede Nachbarschaft im oppositionellen Syrien eine Art Nachbarschaftsspion hat. Sicherlich hat mich jemand verraten. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie dominant die Nusra geworden ist, wäre ich nicht dorthin gegangen. Und haben Sie mit US-Beamten über Ihre Erfahrungen gesprochen und Ihnen Ihre Eindrücke bezüglich einer Oppositionsgruppe, die Sie unterstützten, mitgeteilt? Wissen Sie, nachdem ich entkommen bin und die türkische Grenze erreichte, hat mich die Türkei in der Sekunde, in der ich sie überquerte, in Anwesenheit von US-Beamten verhaftet. Danach wurde ich in einem türkischen Gefängnis festgehalten und nebenbei bemerkt, die meisten ihrer Anschuldigungen gegen mich lauteten, dass ich ein CIA-Agent sei. Sie glaubten das wirklich basierend auf dem, was Amerika unternahm bei dem Versuch, mir zu helfen, als ich in Syrien gefangen genommen wurde. Jemand von der US-Botschaft fragte immer wieder, ob ich das FBI kommen lassen würde, um mich zu befragen, während ich in einem türkischen Gefängnis saß und beschuldigt wurde, ein CIA-Agent zu sein. Und so wurde ich schließlich freigelassen und nach Amerika abgeschoben und wieder wollte das FBI mich befragen. Aber nein, ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Ich habe kein Interesse daran, mit ihnen zu sprechen. Ich habe kein Vertrauen in sie. Was wissen Sie über den Grad der Besorgnis der USA, über die Tatsache, dass Sie Leute unterstützen, die mit Al-Qaida zusammenarbeiten? Das Ausmaß der Überwachung, das sie über mich hatten, war wahnsinnig. Nachdem ich geflohen bin und bevor ich in der Lage war, vom Fluchtort zur türkischen Grenze zu gelangen, vergingen ein paar Tage und weitere Tage, in denen ich mit diesem Arar al-Shamman und seiner Frau zusammen war und natürlich über meinen damaligen Ehemann in Amerika mit ihnen telefoniert habe. Wenn ich nach draußen trat, konnten sie mir die Farbe und das Muster des Hijabs auf meinem Kopf nennen. Das sind die USA. Ja, die USA. Dass sie dieses Maß an Überwachung haben, bedeutet, dass sie alles hätten tun können, um Al-Qaida oder früher sogar ISIS zu stoppen, bevor sie es taten. Das ist eindeutig nicht das, was sie tun wollen. Was glauben Sie, was sie vorhatten? Chaos in Syrien nützt ihnen. Offensichtlich wollen sie nicht, dass die Assad-Regierung an der Macht ist. Sie wollen nicht, dass Russland an der Macht ist. Es ist also wahrscheinlich wahr, dass sie ein Acid für die US-Strategie in Syrien sind, die eigentlich nur darin besteht, weiterhin Chaos zu säen und Öl zu stehlen. Die USA besetzen also militärisch ein Drittel von Syrien und verhängen diese mörderischen Cäsar-Sanktionen. In dem Zusammenhang wollte ich sie nach ihrer Meinung zu Außenminister Antony Blinken fragen. Er sprach vor kurzem über syrische Kinder und berief sich auf seine eigenen Kinder, als er erklärte, dass er über die Notlage der syrischen Kinder besorgt sei. Ich habe selbst zwei kleine Kinder. Ich vermute, viele Mitglieder dieses Gremiums haben kleine Kinder oder Enkelkinder. Ich denke an meine Kinder, wenn ich an die syrischen Kinder denke, über die wir heute gesprochen haben. Ich bitte sie, das Gleiche zu tun. Denken Sie an die ihrigen. Schauen Sie in ihre Herzen und sprechen Sie dann mit ihren Kollegen. Und trotz unserer Unterschiede müssen wir einen Weg finden, etwas zu tun, zu handeln, den Menschen zu helfen. Das ist unsere Verantwortung und wir sollten uns schämen, wenn wir dies nicht tun. Ich frage mich, was Sie zu den Aussagen von Blinken sagen und welche Auswirkungen die US-Sanktionen auf Syrien haben, die Sie aufgrund Ihrer Berichterstattung beobachten konnten. Ich war vor ein paar Wochen in Syrien und die Währung ist so instabil und so niedrig, die Menschen leiden so sehr, es ist einfach herzzerreißend. Und das lässt sich überall beobachten, auch in den Gebieten, die die USA besetzt halten. Offensichtlich haben sich die USA nie um Syriens Kinder oder syrische Zivilisten oder sonst etwas gekümmert. Und jedes Mal, wenn ein US-Beamter es zur Sprache bringt, ist es in der Regel ein Vorwand, um Maßnahmen gegen die syrische Regierung und Russland zu ergreifen. Und es ist ein wenig beunruhigend, jetzt wo Jeffrey mehr explizite Aussagen macht. Selbstverständlich ist er kein offizieller mehr, aber er macht explizite Aussagen darüber, wie die HTS die am wenigsten schlechte Option ist. Es macht einfach keinen guten Eindruck. Was haben Ihnen die Menschen in Syrien darüber erzählt, wie sich ihr Leben momentan gestaltet? Das Leben ist im Moment die Hölle für sie. Und dann ist da noch das Problem von Covid-19 und der Mangel an Vorräten, der Mangel an medizinischer Versorgung und der Verfügbarkeit von Tests. Ja, jeder leidet. Es gibt Berichte darüber, dass Ärzte aufgrund der Sanktionen medizinische Ersatzteile einschmuggeln müssen, um ihre defekten Geräte zu reparieren. Haben Sie damit direkte Erfahrungen gemacht? Ich war in Gebieten, die von den demokratischen Kräften Syriens kontrolliert werden, welche die kurdischen Kräfte sind. Die kurdischen Kräfte. Noch immer kommt ein Großteil ihrer Hilfe und ihrer medizinischen Versorgung aus den Regierungsgebieten. Es ist also nur eine weitere Verschlechterung der Lage. Ich meine, die Sanktionen treffen sie irgendwie doppelt, weil sie die zweite Riege von dem bekommen, was übrig ist, in Bezug auf medizinische Ausrüstung, Medizin und Testmaterialien. Aber werden sie nicht von den USA und den SDF-Kräften beschützt? Offensichtlich nicht, denn wenn man sich den türkischen Einmarsch von 2019 anschaut, ich meine, die USA beschützen sie nicht wirklich. Aber angeblich sollten sie von den USA geschützt werden. Meine Frage dabei ist auch, wenn sie angeblich von den USA geschützt werden, werden sie doch tatsächlich von den US-Sanktionen gegen die syrische Regierung beeinträchtigt. Natürlich, denn eine Menge ihres Materials, eine Menge von dem, was sie erhalten, kommt von dort. Ich meine, offensichtlich ist der Grenzverkehr mit der Türkei jetzt geschlossen. Also ist alles auf diesen einen Grenzübergang im Nordirak beschränkt. Und sie sind immer noch auf einen Großteil des Materials von der Regierung angewiesen. Die Sanktionen treffen also auch sie. Und natürlich ist die Währung die gleiche. Also wenn die Währung schwankt, sind auch sie betroffen. Und so wissen wir, dass Syrien keinen Zugang zu den eigenen Öl- und Weizenvorkommen hat, weil diese in den Gebieten liegen, die die USA besetzt halten. Haben sie irgendwelche Erkenntnisse darüber gewonnen? Und was haben die Leute darüber gesagt, dass die USA gerade jetzt einen so großen Einfluss auf Syrien haben, allein durch die militärische Besetzung dieser Schlüsselgebiete? Ich denke, dass die Menschen in den von der Regierung kontrollierten Gebieten viel lauter darüber sprechen würden, da das Abkommen für den Ölexport immer noch den kurdischen Kräften und der Art der autonomen Verwaltung zugutekommen wird. Das ist sozusagen die Regierung im kurdischen Gebiet. Ich denke also, dass sie die langfristigen Vorteile sehen, wenn die USA das Öl exportieren dürfen. Es wird ihnen nützen, also denke ich, dass sie nichts Negatives über Amerika äußern werden. Sie haben kürzlich über den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan berichtet. Sie waren vor Ort und haben darüber berichtet, dass syrische Söldner in diesem Konflikt eingesetzt wurden. Können Sie uns eine kurze Zusammenfassung geben, wie diese zum Einsatz kamen und was diese Söldner Ihnen über die Art, wie sie behandelt wurden, erzählt haben? Etwa 2000 sogenannte Söldner der syrischen Nationalarmee wurden von der Türkei nach Aserbaidschan und dann nach Karabach geschickt, dem umstrittenen Gebiet, um das Armenien und Aserbaidschan kämpften. Sie erzählten mir von der unglaublichen Brutalität, von den schlimmsten Kämpfen, die sie je gesehen hatten. Sie verglichen ihre bisherigen Kampferfahrungen mit denen in Syrien und in Libyen. Denn die meisten von ihnen waren vorher in Libyen, ebenfalls durch die Türkei entsandt. Sie erklärten, dass dies wie ein Milizkampf sei, aber das hier ähnele einem Länderkampf. Also mehr Bombardements, schwere Waffen und einfach mehr Intensität. Nach ein paar Wochen weigerten sich etwa 500 oder 2000 Kämpfer überhaupt zu kämpfen. Und die Türkei schickte schließlich etwa 300 von ihnen zurück nach Syrien, während der Krieg noch im Gange war. Sie berichteten mir, dass die Kommandanten Turkmenen waren. Die Fraktionen, die von der syrischen Nationalarmee geschickt wurden, waren ethnische Turkmenen, die die Türkei als Türken betrachtet. Sie wurden wesentlich besser und völlig anders behandelt als die arabischen Söldner der syrischen Nationalarmee, die vor Ort waren. Und sie erklärten, dass keiner der türkmenischen Kämpfer oder Kommandanten starb, sondern nur die arabischen Kämpfer der syrischen Nationalarmee. Sie sagten, dass die aserbaidschanischen Streitkräfte sie quasi als menschliche Schutzschilde benutzten, indem sie sie etwa 200 Meter vorausschickten und sich zurückhielten. Wenn sie dann auf armenische Scharfschützen trafen, wurden sie einfach niedergemäht. Ich habe Geschichten von Leuten aus der Sultan Murad-Fraktion der syrischen Nationalarmee gehört, die sagten, dass an einem Tag elf von ihnen einfach von armenischen Scharfschützen ausgeschaltet wurden. Es war also viel schlimmer als das, was sie erwartet hatten. Auch wurden sie schon vor Kriegsbeginn entsandt. Die Türkei schickte sie also bereits etwa fünf Tage, bevor sie Aserbaidschan bei der Offensive auf Karabach half. Sie rechneten also nicht damit. Es war brutal. Um noch einmal auf Idlib und die HTS zurückzukommen. Es gibt eine Schlagzeile aus dem Monat April 2020, die besagt, dass syrische Aktivisten die Hinrichtung eines Teenagers verurteilten, weil er die Führer der HTS kritisiert hatte. Das steht auf der Website The New York Arab. Es geht um einen 19-Jährigen namens Mohamed Tannau, der verhaftet wurde und den man köpfte, weil er Joulani kritisierte, den Anführer der HTS, den BPS gerade in den sozialen Medien interviewte. Aber trotzdem sehen wir immer noch Aufrufe zur Zusammenarbeit mit der HTS. Es gibt einen aktuellen Artikel, der von der International Crisis Group herausgegeben wurde, einer großen internationalen Organisation, die oft für politische Fragen konsultiert wird. Der Titel lautet Ist Syriens Idlib Washingtons Chance zur Neugestaltung der Terrorismusbekämpfung? Und sie schlägt im Grunde vor, dass die USA einige spezifische Maßstäbe für die HTS festlegen und dass, wenn die HTS diese Maßstäbe erreicht, ein Etikett Terrorismus entfernt werden würde. Glauben Sie, dass dies eine realistische Möglichkeit ist, dass die USA tatsächlich zu diesem Punkt kommen könnten, an dem sie das Terrorismusetikett für das angebliche ehemalige Al-Qaida-Franchise entfernen? Ich halte es für möglich und es ist erschreckend und abstoßend, aber es ist definitiv möglich. Und gerade wenn man sich die The New York Times als eine Art Vorhersage der Dinge ansieht, die in Bezug auf die Regimewechselkriege der USA kommen. In diesem Artikel aus Idlib erwähnen sie nur eine schreckliche Angelegenheit der HTS. Sie haben nichts von den Aspekten der Scharia erwähnt, die die Zivilisten in Idlib unterdrücken, oder die Tatsache, dass sie immer noch Journalisten verhaften, nur keine ausländischen Journalisten mehr. Sie sind entsetzliche, fürchterliche Terroristen. Aber ja, ich denke, es ist definitiv möglich, dass sie zum Nutzen von Amerika vielleicht nicht mehr als Terroristen bezeichnet werden. Richtig. Die eine negative Tatsache, die sie über die HTS in diesem The New York Times Artikel von Ben Hubbard erwähnten, den wir bereits besprochen haben, ist, dass sie das Büro einer Bildungsorganisation namens Schein geschlossen haben, nachdem ihr Direktor Frauen dazu gedrängt hatte, polygame Ehen abzulehnen. Das ist das eine Beispiel, das sie für das autokratische Handeln der HTS aufführen. Sie erwähnen nicht, was sie zuvor erwähnt haben, nämlich die Steinigung von drei Menschen wegen des Verbrechens von Ehebruch. Ich kann mir kein harmloseres Beispiel für die Taten der HTS vorstellen, weil es jeden Tag schlimmere Beispiele gibt. Sie haben viele Menschen aufgrund ihrer Kritik an der HTS hingerichtet, weil dies als Blasphemie gilt, die nach der Scharia mit dem Tod bestraft wird. Normalerweise handelt es sich um Blasphemie gegen Gott oder die Religion, aber auch gegen die HTS, in den von der HTS kontrollierten Gebieten. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Das ist einfach nur reine Propaganda. Es wäre unglaubwürdig oder nicht glaubhaft, wenn sie gar nichts Negatives erwähnen würden. Also erwähnen sie die harmloseste, schlimme Angelegenheit, die sie überhaupt finden können. Ich muss mich korrigieren. Ich weiß tatsächlich nicht sicher, ob der 19-jährige Mohamed Tanao, ob er enthauptet wurde oder ob er auf andere Weise hingerichtet wurde. Der Punkt ist jedoch, dass er für das Verbrechen hingerichtet wurde, Jolani in den sozialen Medien kritisiert zu haben. Und jetzt bekommt Jolani das, was wie ein freundliches Interview auf PBS aussieht, obwohl das Interview nicht in vollem Umfang veröffentlicht wurde. Zum Schluss noch ein Kommentar zu ihrer Einschätzung bezüglich der Situation in Syrien, wie das Ganze enden wird, wie wir zu einer Art Lösung kommen. Was, denken Sie, wird passieren? Die USA bleiben im Moment mit dieser militärischen Besetzung und den Sanktionen an Ort und Stelle. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit eines US-Rückzugs oder eine Aufhebung dieser Sanktionen gibt? Oder werden wir für eine lange Zeit auf den aktuellen Status Quo zusteuern, wo wir diese schwere US-Besatzung und Sanktionen haben und Al-Qaida eine große Provinz kontrolliert? Ich denke, es wird wahrscheinlich der Status Quo sein, mit einer endgültigen Teilung Syriens in zwei oder drei Teile, von denen einer der Teil ist, den die Türkei annektiert hat und der von Al-Qaida besetzt ist. Ich sehe leider keine Verbesserung in naher Zukunft und das ist wirklich eine verrückte Entwicklung. Lindsay Snell, unabhängige Journalistin, vielen Dank. Danke. Danke. Danke.